Jetzt ein Golden Gift aus 2019, ufff, da ging gerade der Puls ein bisschen hoch. Ich hoffe noch auf den Black Market. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich habe so viel Loot, so viele Dropboxen, ja. So viele Drops. Ich öffne heute einfach mal alle, die ich habe, auf all meinen Accounts. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt. Ab geht's. So, und ihr seht es schon, hier auf dem Account habe ich 15 Uncoming Drops, 32 Rare und natürlich noch Golden Moons und sogar ein Golden Gift aus 2019, Wild. Wir werden natürlich mit Uncoming anfangen und steigern uns dann immer und dann wird das so von Account zu Account genau nach dem gleichen Prinzip ablaufen. Aber ja, wir fangen an. Let's go. Erster Drop. Bin gespannt. Spannung steigt. Oha. Oha. Mr. Hotdog. Let's go. Weiter geht's. Und ich werde es auch so machen, dass ich alle Sachen, die ich traden kann mit euch, ja, was irgendwie was wert ist, werde ich natürlich auch an euch weitergeben dann tatsächlich. Und wir werden das in einem Stream bei mir auf Twitch dann irgendwann mal verrollen oder so irgendwie. Oder Vergivwain, sagen wir es mal so. Also, eigentlich auch ein geiler Boost, aber man sieht hier bei diesem Boost nie, was, wenn man den boostet, ne. Das weiß ich noch von früher. Let's go. Also, falls du noch nicht bei mir auf Twitch am Start bist, ja, schau einfach mal gerne vorbei. Link steht natürlich wie immer in der Videobeschreibung. So, hier kriegen wir natürlich jetzt nicht so wirklich seltenes raus. Das Gute ist, man kann hier die Drops ganz gut verwenden, um das Ganze hoch zu traden. Und das werden wir später natürlich auch noch machen. Das wird dann im anderen Video stattfinden. Heute geht's nur ums Opening, ja. Und ich werde natürlich so ein bisschen skippen und gleich das Ganze so ein bisschen schneller durchlaufen lassen, dass ihr so die Highlights seht natürlich auch nur. Und, ähm, ah, dann werden wir, wenn ich das Ganze hoch trade, haben wir vielleicht ein bisschen Glück in dem nächsten Video, dass wir dann sogar Titanium White Octane bekommen. Wer weiß, Leute, wer weiß. Ja, was soll ich sagen? Wie zu erwarten war jetzt bei diesen Ancoming Drops nicht wirklich was dabei. Jetzt gucken wir uns noch die 32 Rare Drops an. Irgendwie wäre es ganz nice, wenn man die alle irgendwie auf einmal aufmachen könnte, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber, was will man machen? Ich meine, ihr seht's ja schon im Zeitraffer. Von daher, let's go, Rare Drops. Oha, Leute. Die Spinner Wheels, ja. Die sehen eigentlich ganz sick aus. Waren damals tatsächlich sogar Standard Wheels, ja. Heute kann man sie auch wohl über die, ja, Rare Drops bekommen. Ich bin mir nicht sicher, tatsächlich, ich bin in dem ganzen Thema, Thematik Trading nicht mehr wirklich drin, was, was wert ist und so weiter. Deswegen gibt's unter anderem bei mir auf dem Discord-Server ein extra Trading Bot, also, ja, wo ihr Preise abrufen könnt und so weiter für die verschiedenen Items auf den verschiedenen Plattformen. Deshalb checkt doch das gerne mal aus, wenn ihr Bock habt, ja. Auch der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir machen hier weiter und ihr verpasst natürlich nix, ja. Wenn ich irgendwas richtig Nices ziehe, dann kriegt ihr es als erstes Mitleuter. Und wie gesagt, werde da natürlich auch was der Community zurückgeben. Sieht ganz geil aus hier, das Dekel, by the way, vor allem mit dem Schwarz hier hinten. Nice, nice. Leute, da habe ich was angefangen, ja, also, wir sind jetzt erst irgendwie bei Drop Nummer 19, ihr seht's ja schon, wild. Das wird richtig lange dauern, zumindest für mich. Und ich schätze, ich gehe einfach mal davon aus, wir sind so bei circa 200 Items. Mal schauen, wie viele es im Endeffekt sein werden. Ihr werdet es wahrscheinlich irgendwie auf dem Thumbnail auch sehen oder, ja, zumindest in dem Titel. Oh, das Einhorn, let's go, so süß. Oh, nice. Das sieht eigentlich auch ziemlich sick aus, aber auch hier sieht man bei Burnout, ja, dass man wahrscheinlich nix von seiner Karre sehen wird. Aber sieht interessant aus auf jeden Fall. Leute, ich bin schon irgendwie fast 10 Minuten am Aufnehmen, was für euch vielleicht irgendwie ein paar Sekunden sind. Richtig wild und das ist nur ein Account. Und wir haben ja insgesamt vier oder fünf sogar, wenn wir den Epic-Account noch mit einberechnen. Ja, da werde ich ja also wohl eine gute Stunde sitzen, ja. Aber, noch Problem, es muss ja sowieso irgendwann gemacht werden. Und wie gesagt, warum nicht das Ganze einfach so ein bisschen mitnehmen und, ja, guck mal einfach weiter. Vielleicht ziehen wir ja irgendwas Gutes auch mal zwischendurch. Und der Boost ist eigentlich ganz sick, finde ich. Der ist eigentlich ganz nice hier. Auch weil er halt so eine schöne goldene Farbe hat, da stehe ich sowieso drauf. Let's go, weiter geht's. So, letzter Trop hier auf diesem Account, zumindest was die normalen Trops angeht. Und auch nochmal Battle Stars, let's go. Also auch hier war tatsächlich nix überragendes dabei. Jetzt bin ich kurz noch am überlegen, soll ich jetzt zuerst alle anderen Accounts durchgehen mit den normalen Trops und die ganzen Golden Gifts, Golden Moons und die ganzen Special Trops irgendwie später am Schluss auch machen? Ich glaube ja, ich denke, ich werde das Ganze am Schluss öffnen. Bedeutet, jetzt springe ich auf den nächsten Account. Ihr kriegt davon natürlich nix mit. So, hier haben wir tatsächlich nicht ganz so viele. Nur 16 Rare Trops, nur, aber ein Golden Gift. Immerhin. Let's go. Gehen wir hier rein, 16 Rare Trops öffnen. Yes, ich hab Ultra Bock, Leute. Kappa. Das Ding ist natürlich, die Items, ja, auf den Accounts, wo ich noch nicht so viel zocke, die Accounts, ja, da wird es natürlich nicht so viele Items geben. Oha, ein Import, Leute. Sieht eigentlich gar nicht so bad aus, diese Wheels. Könnte ich einen Gefallen dran finden, tatsächlich. Let's go. Zeitraffer ist aktiviert wahrscheinlich jetzt wieder. Oh, hier haben wir schwarze Sternwheels. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Wieso ist hier eigentlich alles auf Deutsch gestellt? Ich hab keine Ahnung. Oder Stern, Leute? Müsste das nicht Star heißen eigentlich? Aber die sehen eigentlich ganz nice aus in schwarz. Das wäre doch so das erste Item, was ich als relativ gut befinden würde, tatsächlich, Leute. Oder was meint ihr? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Ist das Ding was wert? Ich hab keine Ahnung. Weiter geht's. Oha, wir haben Zig Zag oder Zick Zack Trail. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, weil das halt so ein geiler Übergang ist, aber ist jetzt auch nicht wirklich was wert. Aber immerhin mal nochmal ein ganz schönes Item. Let's go. Oh, Reaper Wheels, Leute. Auch die wären tatsächlich sehr, sehr geil, wenn sie in Black oder White wären. Dann, ja, sehr, sehr geile Farbe tatsächlich. So, letzter Job hier auf diesem Account. Zumindest vorerst, ja. Und ich werde es jetzt für die anderen Videos oder für die anderen Account wechseln. Die werde ich nicht mehr ankündigen, sondern ihr wisst ja, wie ich es jetzt vorhabe. Ja, deswegen läuft jetzt alles am Stück durch. Und ihr seht dann halt immer, wann ich das nächste aufmache oder kurz anhalte. Okay. Oha, Leute, die Geldscheine. Ja, das ist eigentlich ziemlich nice. Der ist eigentlich ziemlich geil, dieser Boost. Aber auch hier wieder das Hauptproblem. Man sieht wahrscheinlich nichts, wenn man irgendwie, ja, in der Luft ist und hochfliegt. Naja, mal gucken, was wir noch kriegen. Es wird doch wohl irgendein gutes Item dabei sein, Leute, oder? Die Schrauben hier sind eigentlich auch ganz interessant auf jeden Fall. Weil man hat, finde ich, das Gefühl, man ist irgendwie langsamer, wenn man die Boost drin hat. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Wenn ihr das Item habt, checkt das mal aus, ob ihr das Gefühl auch so habt, dass ihr dadurch irgendwie langsamer seid. Ganz, ganz seltsam. Erst mal ein bisschen Strecken hier. Unglaublich. So lange gesessen einfach am Stück. Rowder Wheels. Die hatte ich ganz am Anfang von Rocket League tatsächlich drinne oder drauf, als es noch nicht so wirklich Crates gab. Oder es gab halt keine Crates, ja. Man hatte nicht so eine große Auswahl an Wheels und Items. Und die haben so ein bisschen aus der Masse rausgestochen. Auch sehr interessant und lassen mich so ein bisschen melancholisch werden, Leute. Lightning Boost, Leute. Sehr, sehr nice auf jeden Fall, dieser Boost. Jetzt hier leider nicht ein Painted, aber auch der normale finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich sick. Und damals war das so mit einer der ersten abweichenden Boosts tatsächlich, die es so ein Rocket League gab. Und ich hatte sehr, sehr lange mit dem gezockt tatsächlich. Es dauert einfach so lange, Leute. Und der Salzstreuer passend. Irgendwie passend gerade. Keine Ahnung, wie oft wir dieses Item heute schon hatten. Bestimmt schon fünf oder sechs Mal. Wild, Leute. So, jetzt wird es zumindest ein bisschen interessanter. Wir gehen in die heiße Phase, Leute. Wir haben jetzt noch fünf Very Rare Drops und ein Import. Und dann machen wir natürlich die ganzen Gifts auf. Ja, und ich bin mega gespannt auf jeden Fall. Let's go. Ja, nein. Aftershock. Okay, no problem. Jeden, der das Auto noch nicht hat, vielleicht ganz interessant. So, Import. Dark Matter. Glaube ich auch aus Crate Nummer 1 damals. Also sehr, sehr früher Boost auch. Hext Face. Oder Hext Face. Mega geiler Boost. Habe ich auch verschiedene Painted Boosts von. Finde ich persönlich mega, mega geil. Kommen wir zum Import Drop. Ja, Leute. Irgendwas Gutes imported. Raktal Fire. Eigentlich ein ganz nicer Boost. Habe ich sogar in weiß, Leute. Weiß ist eigentlich ganz nice. Gucken wir weiter. Und zwar machen wir jetzt die Golden Moons auf. Und da kann halt wirklich alles drin sein, Leute. Ja, und ich bin gespannt, ob wir aus den Golden Moons irgendwas Nices ziehen. Vielleicht jetzt auch mal ein Black Market. Das wäre doch mal eine nice Sache, oder? Let's go. Ich will jetzt Black Market sehen. Drückt mir die Daumen, Mann. Das sieht nicht gut aus. Zumindest nicht nach Black Market. Was haben wir hier? Hakumi Sticker Bomb. Ja, wollte ich schon immer mal haben. Nicht. Ganz am Anfang früher gespielt. Oh, wieder die Reaper Wheels. Schade. Leider wieder nicht painted. Ansonsten wären die schon ziemlich sick. Aber wie gesagt, alles, was ich hier jetzt ertrade oder bekommen kann. Duckler, Triplex. Wir nähern uns, Leute. Leider auch nicht painted. Werde ich euch natürlich, sofern es tradbar ist, euch natürlich zukommen lassen in einem extra Giveaway oder so. Wo wir dann bei mir mal auf Twitch machen. Oh, Lone Wolf in Titanium White. Immerhin. Immerhin. Mal was in Titanium White bekommen. Let's go. Oh, ich glaube, das ist schon der letzte Moon. Black Market, Leute. Fireworks Goldkeeper. Nice. Schöne Sache. Schöne Sache, Mann. Da bin ich jetzt doch ein bisschen überrascht. Uff. Da ging gerade der Puls ein bisschen hoch. Jetzt die aus der aktuellen Season. Ja. Bin gespannt. Die hätte man vielleicht auch ganz am Schluss aufmachen können. Aber vielleicht schneide ich das dann einfach irgendwie, dass ihr das trotzdem am Schluss seht. Oh, ja. Saptashi Wheels. Wie spreche ich das richtig aus? Saptashi? Saparshi natürlich, Leute. In schwarz. Sehr, sehr sick. Das sieht gut aus, Mann. Geht. Bild, Leute. Da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ja. Also die beiden, die Fireworks und diese Wheels sind natürlich schon mit im Drop drin, ja. Ganz klar. Masamune. Okay, jetzt nicht so gut. Nicht im Drop drin, sondern im Giveaway. Und Titanium White Dominus. Suchi. Auch eine der geilsten, ja, D-Kills für Dominus, wie ich finde, tatsächlich. Und auch Titanium White. Why not? Why not? Also hier ist auf jeden Fall besserer Stuff drin. Ganz klar. Ich bin immer noch ein bisschen hyped für das nächste Black Market, Leute. Black Market. Oh, schade. Aber was Gutes. Exotic. Draco. Draco Wheels. Leider auch wieder nicht painted. Die in Titanium White, Leute, da hättet ihr richtig absahnen können bei dem nächsten Giveaway. Aber auch die werde ich trotzdem mit verrollen. Jetzt ein Golden Gift aus 2019, Leute. Bin gespannt. Ich hoffe noch auf den Black Market. Es ist danach nur noch eins übrig. Also ihr müsst jetzt echt... Ich bin richtig on fire gerade. Und da kam ja gar nichts raus. Was ist das denn, Leute? Was ist das denn? So, Leute. Das letzte Item. Golden Gift aus 2020. Let's go. Okay. Ja, man. Wheels. Leider auch nicht painted. Schade, Leute. Also da hätte ich mir auch wieder mehr erwartet. Ärgerlich. Ah, ich muss jetzt mal gerade gucken. Wie viele Loots haben wir jetzt aufgemacht? Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Ja. Ja. 24, 49, 49. Hier mal schnell Handy rausholen. 17. Leute, wer von euch rechnet noch im Kopf? Gerne mal die Überschreibung packen. Niemand macht das mehr. Wenn früher die Leute gesagt haben, ja, ihr habt später auch nicht, also deine Lehrer, ihr habt später auch nicht immer einen Taschenrechner dabei. Doch, Frau Müller. Doch. Ja, also wir haben 126 Loots aufgemacht. Irgendwie hatte ich das Gefühl, es wäre mehr und irgendwie wäre das irgendwie eine beeindruckendere Zahl. Aber ich habe natürlich auf manchen Accounts nicht so lange gezockt, ergo auch nicht so viel Loot bekommen. Wie gesagt, wir werden das Ganze verrollen im Giveaway. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht genau, ja. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Checkt gerne den Link auf Twitch und Discord oder die ganzen Links einfach mal ab. Und wenn euch gefällt, was ich hier mache und ihr mich ein bisschen supporten wollt, vielleicht auch, dann lasst mir gerne auch eine Donation da. Auch den Link findet ihr unten. Ich habe so einen kleinen Spendenlink eingerichtet. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dahin, macht's gut, bleibt stabil und rein. Und ciao. Ich stoße hier noch mega an meinen Bildschirm dran, Leute. Was ist das denn hier? Bild.